In diesem Video geht es um die besten drei tragbarer Kompressoren. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Der leistungsstarke Reifenkompressor ist mit einem speziellen eingebauten Hochleistungs-Chip und einem Turbodesign ausgestattet, das eine schnelle Reifeninflation ermöglicht. Zum ersten Mal ist unser kabelloser Reifenkompressor aus hochwertiger Aluminiumlegierung gefertigt, was ihn robuster und stoßfester macht. Der batteriebetriebene Reifenkompressor verfügt über einen eingebauten 2000 mAh Akku und eine 5V-1A-USB-Ausgangsfunktion. Das hochauflösende LCD-Display zeigt Echtzeitdruckwerte und voreingestellte Werte an, um den Reifenstatus genau abzulesen und zu überwachen. Wir sind ein Anbieter von qualitativ hochwertigen elektrischen Luftkompressoren. Unsere tragbaren Reifenkompressoren für Reifeninflationen werden mit 60 Tagen kostenloser Rückgabe und einem Jahr Garantie geliefert. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Der Kompressor benötigt nur 5 Minuten, um einen R17-Reifen von 0 auf 2,5 bar aufzublasen. Er eignet sich für Fahrräder, Motorräder und kleine, mittlere Autos. Einfache und nützliche Technologie in der Autoluftpumpe Wenn der Reifeninflator den gewünschten Druck erreicht, schaltet sich der Autoluftkompressor automatisch ab. Der tragbare Luftkompressor ist mit einem großen, präzisen und hellen Display ausgestattet, das Ihnen hilft, die erforderlichen Werte PSI, Bar, KPA, KG, CM² zu berechnen. Die Reifenfüllpumpe mit Manometer kann die Aufmerksamkeit der Fahrer in Notfällen auf sich ziehen. Die elektrische Reifenpumpe ist leicht und nicht groß. Überwachung des Reifendrucks Es werden drei zusätzliche Düsen hinzugefügt, mit denen Sie schnell Autos, Motorräder, Fahrräder, Geländefahrzeuge, Jeeps, Sportbälle aufpumpen können. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Dieser Autoreifenkompressor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und kann Autoreifen mit einer Geschwindigkeit von 35L Min aufpumpen. Verwenden Sie die M-Taste, um die gewünschte Druckeinheit einzustellen, drücken Sie dann die Tasten Plus und um den gewünschten Druck einzustellen. Ein Klick, um zwischen den Druckeinheiten PSI, KPA, Bar und KG, CM zu wechseln, das große weiß beleuchtete LCD-Display erleichtert das Ablesen auch im Dunkeln. Drei Düsen und zusätzliche Sicherungen sind enthalten. Blasen Sie jede Schrader-Ventil auf Autos, SUVs, Motorrädern und Fahrrädern auf, die mitgelieferten Zubehörteile pumpen Schnellbälle, Luftkissen, Kissen, Ballons und Matratzen auf. Lagern Sie den Luftkompressor einfach im Auto oder in der Garage und er ist sofort einsatzbereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017